Was hat quietscht? Ich finde solche Leute, die in so einer Situation so richtig in ihrer Religion aufgehen, ich finde die immer creepy. Also es tut mir leid, ich finde das immer creepy, weil der sagt ja, seine Leute, die alle Zombies geworden sind, für die muss er noch hier bleiben. Von was lebt denn der? Was isst denn der gerade? Der isst doch 100 Bruder Zombiefleisch, oder? Ja, 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 ja. Gar nichts mache ich. Schade, ey, sind die einfach da unten durchgeflogen. Blockt er mich? So, dann haben wir DIN. Hinter uns kommt die auch, ey. Schlecht! Das war nicht gut. Ja, ja, ja. Ey! Was ist denn jetzt los? Hab ich's verkackt? Das scheiß Feuer hier, ey. Ich dachte gerade, ich komme noch nicht mehr raus. Was ist denn jetzt los? Muss ich die erst alle besiegen? Der muss das machen, okay. Ah, okay, er muss es halten, damit ich reinkomme, okay. Ich weiß es auch nicht, Silke Lover, warum da so viele Kreissägen liegen. Hier ist nix mehr, okay. Dann lassen wir ihn mal alleine. Tür zu. Und auf geht's in die Minen, ne? Wir müssen ja zur Küste. So, okay, wir müssen jetzt, wir müssen irgendwie runterkommen, ohne zu sterben. So ging das doch, ne? Oh Gott. Verdammt. Mhm. Ist da noch mehr? Das ich zum Explodieren bringen kann? Boah, die Viecher sind einfach schrecklich. Aber ich glaube, ich muss da gar nicht runter, ne? Endlich mal wieder ein bisschen Energie. Hier. Ne, ich muss da runter. Dann haben wir noch ein paar gekillt. Aber, um ehrlich zu sein, zu viele, um meine Munition zu verschwenden. Okay, den einholen wir uns. Miss-Movement. Ich glaube, er ist runtergefallen mit dem Sprung. Das ist wahrscheinlich nicht gut, oder? Was? 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 Jetzt krieg ich sogar noch... Schaden, ey. Oh, okay Wollen wir wetten, hier unten ist irgendwas? Oh, hier geht's sogar weiter Wartet Was ist hier? Ah, ich komm hier gar nicht hoch Außer, das können wir mal machen Ich lass mich von dem Ding hier trappen Ist halt die Frage, ob da oben überhaupt was ist Nein Dann halt nicht Ah, da kann ich sogar so durch Oh Oh Wird ich vielleicht sogar noch eins laufen können Aber so übernimmt das Teil natürlich Die ganze Arbeit Egal Die Munition spare ich mir Die spare ich mir, okay Seid ihr nur wach, Chat? Tja, die müssen auch erst mal durch den Ladebildschirm, ne? Wie ich gerade gesehen habe, ist hier oben ein Lambda-Symbol Da haben wir doch wieder unsere Ich will doch mal hier hinten gucken Ne, da ist nix Ich weiß, nur eins, hier sind Jede Menge Gegner gleich Das klappt besser als ein Black Mesa, ey Jawohl, hier komm ich durch Hat er mich gesehen? Ja, warte Shit Oh Ich glaube, so sneaky habe ich das noch nie gespielt Drecksack Kommt da noch einer? So, nur noch MP senken im Chat da Uh, jetzt kriege ich eigentlich die geile Waffe hier Schade Die ist so ungenau, um Möwen zu töten Aber Möwen sind halt auch ein gutes Zeichen, ne? Ich wollte mich hier noch umgucken Ob es hier irgendwas gibt Nee Wow Leider nicht Vielen Oh, Silke Lover Jetzt erst gefollowed, oder was? Jetzt erst gefollowed Oder aus Versehen defollowed Wahrscheinlich letzteres, ne? Ich dachte halt, hier wäre noch irgendwo was Bisschen Munition, nicht verkehrt Oh Arme Socke Ja Krass Ich will mich aber erst mal umgucken Oh, die Musik, Leute Die Musik Ist einfach so gut Ich bin ready Oh, der stöhnt Es ist Leon, wir sind alle klar Und ich habe Gordon Freeman Dr. Freeman, du bist schade Der wird aber auch immer verhastet, ne? Over here, Dr. Freeman The Eli Vance is indispensable to the liberation Okay Okay Alex, it's Leon And I've got Gordon Freeman with me Okay Is ganz schön lang gedauert Mit der Übertragung I need your help They've taken my father He's been taken to Nova Prospect The Vordergons tracked the ship That made off with him and Judith Mossman While the trains are still running I'm gonna hit your ride Here's where you come in, Gordon I need you to make your way along the coast Until you get to Nova Prospect It used to be a high security prison It's something much worse than that now But I think it's still easier to sneak in To break out You wanted to take the coast road? He won't last five minutes on foot It's spawning season for the Antlions That's why I called you, Leon I was hoping you still had the scout car We left with you last summer The one my dad rigged with the towel cannon Yeah, good idea Hold on a sec Narco? Bring the buggy out Put it on the dock right now Gordon Freeman will be driving it Wir sind so richtige Helden, ne? Good timing Okay, Alex, we're all set Thanks, Leon Gordon, I haven't driven the coast in over a year But I have no reason to think it's gotten any safer Meet me in the depot where the trains unload Take care of yourself And I'll see you in Nova Prospect Alles klar, Alex Sie ist auch viel sympathischer als die Mossman, ne? Okay, Doc Before you hit the road You might want to grab some med kits Restock on ammo Maybe check the map See where you're headed There's an ammo supply crate on the back of the car Naja, alles gut Ich bin bereit Stay with the car Make use of the thumpers You'll stand a fair chance against the ant lions I'll radio ahead Okidoki Dann kommen wir jetzt zu dem, äh, Driving-Ding Hmm